Hallihallo! Heute spielen wir mal ein bisschen ein Spiel und zwar spielen wir Sauerbraten. Hatte ich schon mal vor einigen Jahren gezeigt, jetzt wird es Zeit mal das neu zu machen. Sauerbraten. Das ist ein netzwerkfähiger, hektischer Ego-3D-Shooter. Sauerbraten. Kostenlos, wie immer, gibt es auch für Windows und Mac. Dann wollen wir das mal spielen. Wir gehen mal auf Spiele und Sauerbraten. So, machen wir mal Multiplayer-Server-Browser. Suchen wir uns irgendeinen offenen Server aus. Wegen meinen Dehnder. Und schauen wir mal, was da los ist. ASD, wie auch immer. Ganz normale Tastenbelegung. Maus drehen. Space ist springen. Oder alternativ dann auch die... Alternativ auch die rechte Maustaste. Jetzt muss ich eigentlich gucken, was ich bin. Ich glaube, normalerweise bin ich hier blau. Jetzt bin ich tot. Man sieht, es sind eine ganze Menge Leute online. Moment, warten wir jetzt wieder von vorne los. Wir können uns auch erstmal umgucken. Zoom. Wir haben ein Sniper, ein Schärfschutzgewehr. Ja, zeitgleich. Zeitgleich war das. Doof, glaube. Hm. Ein Sprung-Pad. Also auf die blauen nicht schießen. Das sind dann in dem Fall die guten. Den muss ich erwischen. Weil hat die Fahne der blauen erwischt. Ja, irgendwie habe ich mir jetzt das Keyboard bestellt. So. Disconnect. So geht das. Wir können auch hier eine Kampagne starten. Zum Beispiel Level 9. Das ist ein Einzelspieler-Game. Da ist es schon gemütlicher. Da gibt es nur kleine Hunde. Und freundliche Aliens. Die wir dann freundlich begrüßen. Mit einer Ladung Schrot. Schrot tut Not. Knöpfe gibt's. Sprung-Pad gibt's. Und diesen freundlichen Herren. Rotwild mit Hörnern. So. Das soll's dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.